So, damit sind wir auch schon bei der letzten Aufgabe. Ich zeig's euch nur gerade nochmal, welche Aufgabe mir noch fehlt. Den Tresor haben wir gerade gemacht, aber wir haben ja auch jetzt Hühner, die Sachen tragen können, beziehungsweise wertvolles. Achtung, hier seht ihr eins. Und da, ich hab's erst das hier im Busch gesehen. Aber ich will schon mal beide ab. Zack. Und denkt dran, die Hühner werden jetzt aggressiv, wenn ihre Mitgenossen einfach umgebracht werden. Also, so sehen die Hühner aus. Holt euch die Hühner auf jeden Fall. Guckt, was im Loot drin ist. Passt aber halt auf. Die Hühner greifen euch, wie gesagt, jetzt an. Also, ist nicht ganz ungefährlich. Traumhaft. Aha, Aufgabe geschafft. Holt euch die V-Works ab. Also, einfacher geht's eigentlich nicht. Und in dem Sinne, wird euch natürlich gerne über ein Like freuen. Und euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Viel Spaß bei den Aufgaben. Falls Fragen sind, schreibt's gerne in die Kommentare. Und haut rein.